Pläne von Anthem ein. Der beste Aussichtspunkt wird hier sein. Von hier aus kann man den Hof gut beblicken. Clans flankieren die Infiltrationsroute. Und diese Jungs sind alles was bleibt. Wenn sie einen verlieren, sind sie allein. Lassen Sie die Drohnen nicht aus den Augen. Wenn dieses Miststück Sie erwischen sollte, können Sie wegwählen. Aber das wird Ihnen nichts nützen. Wenn ich wähle, darauf zu. Viel Glück Kommande. Zur neuen Runde in Black Ops 2. Vermutlich wieder das taktische Elemente mit den Clans, die nicht funktionieren. Ein bisschen Abwachs. Ich mache es aber ernst. Und wir müssen alles sichern. Ja, Mann. Aktivitäten voraus. Wir sind wohl auf dem richtigen Weg. los in den rechten auf dein zeichen um ok section bereit mit dem scanner anverdächtigen man das nicht wir wissen dass er hier sein muss wie war kopf die stadt zerfällt um uns herum aber die regierung tut als wäre alles unter kontrolle sie interessieren sich nicht für das leiden ihres volkes auch nicht die amerikaner oder die chinesen sie kümmern sich aber um ihre eigenen interessen nur um die glauben sie mir mein freund ihre unterstützung sorgt dafür dass die selbstgefälligkeit der realisten endet sie verlassen die reichweite ich bekomme kein sauberes sie kann schon wir finden einen besseren aussichtspunkt ausschauen wir finden einen besseren aussichtspunkt aus dem lichtkegel bleiben aus dem lichtkegel eingeschossene dornen Sie verlassen schon wieder die Reichweite. Gehen wir. Da kam Melendez. Sieht aus, als würde er noch jemanden treffen. Mit der heutigen Vereinbarung ist alles geregelt. Die nächste Veranstaltung wird bereits geöffnet. Er trifft sich mit Ihnen in Peshawah. Asegúrate, dass die ganze Intelligenz mit dem Drone disponible ist vor unserer nächsten Diskussion. Ich kümmere mich persönlich darum. Buene Fortuna de Falco. Diese Drohnen gehen mir echt auf den Sack. Legen wir los. Was hältst du jetzt gerade? Hier rein! Lass sie vorbei! Lass sie nicht verlieren. Verdammt, wo zum Teufel ist der hin? Zafas, wir haben Melendez in der Nähe deiner Position verloren. Siehst du ihn? Ich habe ihn. Er geht in den Rangschi-Evacuierung. Hast du unsere Evakuierung gesichert? Noch nicht! Die Gegend ist zu heiß! Bleib am Ball! Diese Tüten stehen uns im Weg! Wir brauchen einen Weg! Hier ist ein Weg! Durch. Selbst ist ganz anders als die älteren Modelle. Den Zentralkomputer. Keine leichte Aufgabe. Die Sicherheitsbarrieren sind direkt mit dem Selbstzerstörungsmechanismus verbunden. So was ist kein Grund zur Sorge. Das Treffen am 17. Juni wird unter Garantie alle verbleibenden Barrieren beseitigen. Der Zug ist im Weg. Hier bekommen wir nichts mehr mit. Gehen wir. Es gab Zeiten, da hatte die CIA überall auf der Welt solche Verhörräume. Alle mit vollständiger Ausrüstung für psychologische Manipulation. Weiß Gott, was für eine Scheiße da passiert ist. Ja, das g'set man, die Black Cops drüben. Sieht aus, als würden wir wieder nass. Das ist so rechtwürdig. Das ist gut. Sie müssen direkt über uns sein. Okay, versuchen wir es nochmal. Natürlich. Ich weiß nicht nur von der Infiltration. Ich hab sie veranlasst. Verdammt. Er weiß von uns, Section. Achtung! Granate! Ja! Was ist mit den Evakuierungsfahrzeugen? Du kannst echt Wunder wirken, Salazar! Was ist mit dem Wunder? Was ist mit dem Wunder? Ja, ja, ja. Ich bin die Wunder. Ich weiß es nicht mehr. Zalazar, wo bleibst du? 2.0 Ja, okay. Ich kann mich aber nicht mehr abziehen. Oh nein, ich kann nicht mehr auf den Boden. Ich kann nicht mehr auf den Boden. Ich schließe es. Bist du bereit, diese gehackte Drohne einzusetzen, Session? Was? Wir haben feindliche Sogtis übernommen. Er bitte Luftunterscuk und Evakuierung. Negativ, Commander. Die komplette verdammte SDC ist unterwegs zu ihrer Position. Sie haben viele Fluchtwege in der Stadt. Setzen Sie die Drohnen ein, um den Weg für die Sogtis zu sichern. Und wenn die SDC zuerst hier ist? Hoffen Sie lieber, dass Sie verdammt gute Laune haben. Oh, wie dramatisch! Drohnenklaut. Versteiglich ihr die Beile, die Karte! Versteiglich ihre Beile! Versteiglich! Verdeiglich! Wir müssen zum Evakuierungspunkt. Wir lassen ein Weg frei, auf den Rohr hasten. Wir lassen ein Weg frei, auf den Rohr hasten. Wir lassen ein Weg frei, auf den Rohr hasten. Wir lassen ein Weg frei, auf den Rohr hasten. Wir lassen ein Weg frei, auf den Rohr haste. Das Schütz ist sofort leer. Was zum Zweifel? Schuss. Schuss. Schuss! 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 Und nach rechts! Und nach rechts! Kleine Bähler! Da Bähler! Die Mission hat zur Kettenreaktion gerechnet von uns! Den Klamen ausweichen! Verdammt! Da fehlt aber wirklich nicht mehr viel! Los! Der Evakuierungspunkt! Oh scheiße, was jetzt? Boudou, Boudou! Sie haben hier das auch! Oh, hey! Es soll keine amerikanischen Truppen in Pakistan sein! Ganz ruhig! Tian Zhao, er hat mit meinem Vater in Afghanistan gekämpft! Wir haben keinen Streit mit China, General Zhao! Unser einziges Interesse hier ist Raul Menendez! Dann haben wir etwas gemeinsam! Seien Sie sicher, Amerikaner! Wenn Sie wegen Raul Menendez hier sind... ...habe ich keinen Grund sie zu töten! ...habe ich keinen Grund... ...habe ich keinen Grund sie zu töten!